Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die sogenannte NumLog-Taste zu Login bei Windows ein- oder ausschalten können, je nachdem, was Sie wünschen. Normalerweise ist das eine Einstellung, die über BIOS vorgenommen wird, kann aber sein, dass das dort halt standardmäßig abgeschaltet ist, die NumLog-Taste oder deaktiviert und dass sich der Benutzer da nicht unbedingt auskennt und deswegen lieber den Weg über Windows gehen möchte. Oder halt mehrere Benutzer an einem Rechner, der eine Benutzer möchte es gerne aktiviert haben, der andere deaktiviert, kann man eben einstellen, wie man will. Ganz kurz auf Start ausführen, RecEdit öffnen, dann hier Arbeitsplatz, H-Key Users, ändern wir das erstmal für den Standardbenutzer, Punkt Default, dann haben wir hier Control Panel, Keyboard und dann haben wir hier den Eintrag Initial Keyboard Indicators, Wert ist 2, das bedeutet ON, also eingeschaltet, aktiviert, Doppelklick drauf, jetzt können wir den Wert ändern, Null ist ausgeschaltet. Wenn Sie es einschalten wollen, eben Wert 2 setzen, wenn er nicht gesetzt ist, einfach auf OK und das war es dann auch schon. Das ist jetzt die Standardeinstellung für alle Benutzer. Wir können das auch noch in H-Key, Current User, das ist der jetzige Benutzer, auch hier Control Panel, Keyboard, auch hier haben wir nochmal denselben Eintrag, den können wir auch auf 2 setzen, wird erst gültig, wenn Sie sich mindestens einmal ausgeloggt und eben natürlich wieder neu eingeloggt haben oder halt den Rechner neu gestartet haben. OK. 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 OK.